Radio Ralfas Das historische Datum Das Kalenderblatt im Monat März 3.3.1904, vor 115 Jahren Erstes politisches Tondokument Kaiser Wilhelm II. besprach eine Edinson-Tonwalze, die als das älteste erhaltene politische Tondokument gilt. Dieses Gerät zur Tonaufzeichnung war 1877 vom amerikanischen Erfinder Thomas Alpha Edinson erfunden worden. Edinson kannte den Phonautografen von Leon Scott. Richtungsweisend für seine Erfindung des Phonografen waren seine Versuche mit dünnen Membranen. Als Edinson 1877 Bells Telefonhörer untersuchte, stellte er fest, dass die Membran im Gleichklang mit der Stimme vibrierte. Er setzte eine kleine Nadel auf die Membranmitte und ertastete die Schwingungen mit seinem Finger. 1877 ließ Edinson seinen Phonografen patentieren. Bereits wenige Wochen nach der Patentanmeldung gründete Edinson eine Gesellschaft, die den Phonograf in Serie herstellte. 6.03.1714 Vor 305 Jahren Erbfolgekrieg beendet Der Frieden von Rastat beendete auf der Grundlage des Friedens von Utrecht den spanischen Erbfolgekrieg zwischen Österreich und Frankreich um die Nachfolge des letzten spanischen Habsburger Karl II. Der österreichische Prinz Eugen von Savoyen handelte den Vertrag aus, in dem bestimmt wurde, dass Österreich für den Verzicht auf die spanische Krone die spanischen Niederlande, Mailand, Mantua, Neapel und Sardinien bekam. Philipp von Anjou, der von Karl II. zu seinem Nachfolger bestimmt worden war, blieb durch die Friedensbeschlüsse von Utrecht und Rastat, König von Spanien. Der spanische Erbfolgekrieg wird aufgrund seines Ausmaßes als erster Weltkrieg der Geschichte bezeichnet. 9.03.1839 Vor 180 Jahren Verbot der Kinderarbeit Das Verbot der Kinderarbeit leitete in Preußen den Beginn staatlicher Sozialpolitik ein. Das Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeit verbot die regelmäßige Beschäftigung von Kindern unter 9 Jahren in Fabriken und Bergwerken. Jugendliche im Alter zwischen 9 und 16 Jahren durften nach dem Gesetz höchstens 10 Stunden arbeiten, wenn sie zuvor mindestens 3 Jahre lang die Schule besucht hatten. Trotz der Androhung von Strafen bei Verstößen gegen die Verordnung zeigte das Arbeitsverbot anfangs nur geringe Wirkung. Ein Jahr später verabschiedierten Bayern und Baden ähnliche Regelungen. Der Erlass des Beschäftigungsverbots für Kinder war zugleich die erste Arbeitsschutzregelung in Preußen. 12.03.1994 Vor 25 Jahren Frauen ins Priesteramt Als Reaktion auf die Priesterweihe von Frauen in der anglikanischen Kirche beschloss die Synode der altkatholischen Kirche Deutschlands die Einführung der Priesterweihe für Frauen. Die Generalsynode der anglikanischen Kirche hatte bereits im November 1992 beschlossen, den Frauen den Weg ins Priesteramt zu ebnen. Als 1994 in Bristol zum ersten Mal Frauen diese Möglichkeit wahrnehmen konnten, hatte dies eine Welle von Kirchenaustritten und Übertritten zur römisch-katholischen Kirche zur Folge. Die römisch-katholische Kirche distanzierte sich von der Priesterweihe für Frauen. In Deutschland ließ sich jedoch die altkatholische Kirche nicht bremsen und entschied im Alleingang, Frauen zum Priesteramt zuzulassen. 13.03.1974 Vor 45 Jahren USA Erneut Todesstrafe Der US-Senat beschloss, dass bei Kapitalverbrechen wie Hochverrat, Bionage, Entführung und Geiselnahme mit Todesfolge wieder die Todesstrafe verhängt und ausgeführt werden darf. Der Vollzug der Todesstrafe war bis dahin ausgesetzt worden. Die USA gehören zu den wenigen demokratischen Staaten, in denen Todesurteile verhängt und ausgeführt werden. Auch jugendliche Straftäter und geistig Behinderte können bei Strafanfälligkeit hingerichtet werden. Die Hinrichtungsmethoden sind ebenso vielfältig wie grausam. Sie reichen vom elektrischen Stuhl, der Giftspritze, der Gaskammer, über die Erschießung bis zur Hinrichtung durch den Strang. 14.03.1739 Vor 280 Jahren Bauernlegen verboten Der preußische König Friedrich Wilhelm I. stellte per Gesetz das eigenmächtige Vertreiben von Bauern von ihrem Land unter Strafe. Adelige Großgrundbesitzer hatten ihren Landbesitz dadurch aufgestockt, dass sie die Ländereien anliegender Bauern mit Gewalt in Besitz nahmen und die rechtmäßigen Eigentümer vertrieben hatten. Dieses sogenannte Bauernlegen wurde jedoch durch das Gesetz nicht unterbunden und auch nachfolgende Versuche der preußischen Monarchie, die Rechte der Bauern zu schützen, blieben lange Zeit erfolglos. Friedrich Wilhelm I. hatte mit verschiedenen Reformen versucht, die wirtschaftliche Lage Brandenburg-Preußens zu verbessern. Die meisten Initiativen blieben jedoch im Ansatz stecken, so die Justizform und die Versuche des Domänenwesens zu erneuern. Bestimmte Bestrebungen, wie 1713 die Gründung des Lagerhauses, eines großen Textilkonzerns, 1717 die Trockenlegung des Haveländischen Lux und 1727 die Gründung der Berliner Charité, erwiesen sich jedoch als fruchtbare Maßnahmen. 18.03.1229 Vor 790 Jahren Kaiser ärgert Kirche Trotz des Widerstandes seitens des Patriarchen von Jerusalem, der Johanniter und Templer, krönte sich der römisch-deutsche Kaiser Friedrich II. selbst zum König von Jerusalem. Damit wollte er seine Unabhängigkeit vom Papst deutlich machen, der ihn wegen der Aufschiebung der versprochene Kreuzzüge exkommuniziert hatte. Friedrich hatte Jerusalem durch Verhandlungen mit dem ägyptischen Sultan erhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt war es der Papst, der mit der Krönung weltlicher Herrscher die geistliche Macht demonstrierte. Er nutzte nun die Abwesenheit Friedrichs, um die Stauferherrschaft in Sizilien zu brechen. Doch Friedrich kehrte schnell zurück und vertrieb die päpstlichen Truppen. 21.03.1804 Vor 215 Jahren Code Zivil verabschiedet Vom ersten Konsul und faktischen Militärdiktator der Französischen Republik, Napoleon Bonaparte, wurde der Code Zivil verabschiedet. Zum ersten Mal verstand sich ein Gesetzestext nicht als ein von Gott oder einem Monarchen gegebener Kodex, sondern als eine sich vom Volk freiwillig gegebene Übereinkunft. Aus den Prinzipien der Französischen Revolution – Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit – entstand so ein Gesetzeswerk, das die zahlreichen Grundrechte der Bürger von abstrakten Prinzipien in allgemein praktische Regelungen umwandelte. Der Code Zivil war das erste demokratische Gesetzbuch der Neuzeit und wurde zum Vorbild für fast alle Gesetzbücher in Europa. 25.03.1939 Vor 80 Jahren Zwangsbeitritt in Hitlerjugend Die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend wurde durch die Verordnung der Jugenddienstpflicht am 25.03.1939 obligatorisch. Zuvor hatte bereits das 1936 verabschiedete Gesetz über die Hitlerjugend die legale Grundlage für die Zwangsmitgliedschaft in der Nazi-Jugendorganisation geschaffen. Nach der Einführung des Zwangsbeitritts waren fast alle Jugendliche Mitglieder der Organisation. Die Hitlerjugend war 1926 gegründet worden und hatte insbesondere seit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten das Ziel, den Jugendlichen die Nazi-Ideologie zu vermitteln und sie paramilitärisch auszubilden. Um dies für Jugendliche interessant zu machen, wurden Zeltlager, Propagandaaufzüge und Spiele veranstaltet. 26.03.1954 Vor 65 Jahren Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Durch eine Grundgesetzänderung wurden die rechtlichen Voraussetzungen für den Aufbau der Bundeswehr geschaffen, da die Verfassung in ihrer Form von 1949 keine Wiederbewaffnung vorsah. Mit der Änderung wurde die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in der Bundesrepublik wieder möglich. Zuvor hatte das Thema über Jahre hinweg heftige politische Debatten ausgelöst. Bundesinnenminister Gustav Heinemann war aus Protest gegen die Wiederbewaffnung bereits 1950 von seinem Amt zurückgetreten. 1956 trat die allgemeine Wehrpflicht für alle männlichen Personen in Kraft. Die Bundesrepublik wurde Mitglied der Westeuropäischen Union. 31.03.1814 Vor 205 Jahren Triumph über Napoleon Die verbündeten europäischen Mächte Großbritannien, Österreich, Russland und Preußen marschierten in einem Triumphzug in die französische Hauptstadt Paris ein und besetzten sie. Nachdem Napoleon am 14. September 1810 auf seinem Russlandfeldzug in Moskau einzog, musste er sich wegen großer Verluste 1812 zurückziehen. In den Befreiungskriegen erlag Napoleon der übermächtigen Koalition zwischen England, Russland, Österreich und Preußen in der Völkerschlacht bei Leipzig. Der Fall von Paris hatte seine Absetzung durch den Senat zur Folge. 1814 musste er als Kaiser abdanken und wurde für 100 Tage auf die Mittelmeerinsel Elba verbannt. Nach seiner Niederlage von Waterloo am 18. Juni 1815 wurde er in staatliche Haft genommen und auf St. Helena verbannt. Das war das Kalenderblatt im Monat März. Ihr Valentin Höferle für Radio Rauchfass. e� 55. 6 nagel 55. 56. 46. 57. 58. 59.